Schönen Montagabend, herzlich willkommen bei RON. Die nächsten 30 Minuten haben wir die Nachrichten des Tages für Sie und welche da die schlagenden Nachrichten heute sind. Das war es Max Wendel. Hauptsächlich geht es heute hier um unsere Mundschutzmasken. Ja, die Diskussion, bleiben Sie oder werden Sie wieder abgeschafft? Speziell im Einzelhandel wird das diskutiert. Wir haben uns in der Region umgehört, was Sie davon halten. Außerdem sprechen wir über das Trendgetränk des Sommers und wir kümmern uns um die Herren 30 des TC BASF Ludwigshafen. Die sind nämlich aufgestiegen. Viel Spaß bei RON heute. Mit Maske einkaufen macht einfach keinen Spaß. Das meinen die einen. Die anderen sagen wiederum, nein, genau das muss sein. Also die Maskenpflicht im Einzelhandel. Aber genau darüber ist jetzt nicht nur bei uns in der Region, sondern deutschlandweit ein wahrer Streit entbrannt. Und wir haben uns hier bei uns umgehört und haben sowohl Befürworter als auch Gegner der Masken im Einzelhandel gefunden. Maximilian Stor. Sie ist das Symbol der Corona-Pandemie. Aber nicht jeder kann sich mit der Mund-Nasen-Schutzmaske anfreunden. Die Diskussion über eine Maskenpflicht hat in den vergangenen Tagen wieder Fahrt aufgenommen. Einige Bundesländer fordern eine baldige Abschaffung. Allen voran Mecklenburg-Vorpommern. Auch die Wirtschaft und der Einzelhandel der RON-Region ringen nach Luft. Dass es notwendig gewesen ist, die ganze Zeit ist unumstritten. Aber jetzt so allmählich kommt die Diskussion auf, weil man sieht, dass das eigentlich der Hauptfaktor ist, warum der Umsatz nicht steigt, sondern im Grunde stagniert. Trotz schlechter Verkaufszahlen und düsterer Aussichten bleibt Vorsicht bei vielen das oberste Gebot. Also wir haben auch einen deutlichen Frequenzrückgang. Das kann man schon sagen. Dennoch glauben wir, dass es wirklich diese zumutbare Zumutung ist, das aktuell noch so zu betreiben. Also es ist schon anstrengend den ganzen Tag. Man kriegt schon irgendwann auch Kopfschmerzen. Aber ich persönlich bin gegen diese Verabschiedung der Maske, weil wir sind auch dann total ungeschützt. Viele Kunden sehen das ähnlich. Andere sind zwiegespalten. Ich finde, die Maskenpflicht soll auf alle Fälle beibehalten werden. Weil das ist das Einzige, womit wir uns schützen können. Weil ich mich sicherer fühle und ich möchte auch, dass sich andere sicher fühlen. Ich richte mich jetzt danach. Natürlich ist es beschwerlich. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon eher der Online-Shopper geworden dadurch. Also ich glaube nicht, dass es so sinnvoll ist für die Wirtschaft. Auch in unserer Facebook-Umfrage waren die Menschen, Stand 17.30 Uhr, geteilter Meinung. Die Landesregierungen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg lehnen eine Lockerung allerdings strikt ab. Das bestätigt Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Luscher. Wir befinden uns nach wie vor in einer sehr fragilen Lage. Eine Aufhebung der Maskenpflicht wäre deshalb zum jetzigen Zeitpunkt das absolut falsche Signal. Es wäre fatal, wenn wir all unsere Anstrengungen mit einem Schlag zunichte machen, indem wir jetzt nachlässig und sorglos werden. Die Werbegemeinschaft wünscht sich dagegen erste Lockerungen. Vielleicht ist es ganz gut, wenn das ein oder andere Bundesland das jetzt mal ausprobiert, wie es funktioniert, dass auch vielleicht die anderen etwas zögerlichen Bundesländer dann auch nachziehen können. Die Maskenpflicht wird in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz also vorerst bleiben. Ein Ende der Debatte über den Mund-Nasen-Schutz ist noch nicht in Sicht. Und eine Frage bleibt. Ist die Maske auch wirklich das entscheidende Instrument im Kampf gegen das Coronavirus? Und über diese aktuelle Maskendebatte sprechen wir jetzt mit dem Hygiene-Experten Dr. Georg Christian Zinn. Dr. Zinn, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wie wirkungsvoll, sinnvoll sind denn tatsächlich solche Masken, gerade im Einzelhandel? Ja, wir haben tatsächlich in der letzten Zeit sehr viel dazugelernt. Und ursprünglich kennen wir das ja nur so eher aus dem medizinischen Bereich. Und als es mit Corona losging, hatten wir auch noch nicht genug Daten, um wirklich diese Effektivität von Masken nachzuweisen. Haben dann aber eine Menge Daten gesammelt, auch sehr, sehr gute Studien, die uns zeigen, dass eine Maske tatsächlich ein deutlicher Schutz für andere ist, aber auch für einen selbst. Und insofern gerade bei den Menschen, die natürlich einkaufen gehen müssen, macht so eine Maskenpflicht im Einzelhandel tatsächlich Sinn. Das heißt, wenn Sie jetzt die aktuelle Debatte verfolgen, dass die Masken dann doch wieder im Einzelhandel verschwinden sollen, dann müssten Sie auch ein klarer Gegner dieser Debatte sein, also dass die Masken verschwinden sollen, oder? Auf jeden Fall. Also da muss man ganz klar sagen, auch wenn ich anfangs nicht Befürworter dieser Maskenpflicht war, haben wir doch eine Menge dazugelernt in den letzten Monaten und Wochen. Und man muss sagen, diese Maskenpflicht in Bereichen, wo Menschen eng zueinander kommen, wo es ein Ansteckungsrisiko gibt an der Wursttheke, an der Obstbar oder auch an der Kasse, da macht das tatsächlich Sinn. Und wir haben auch in anderen Bereichen, wo es noch eine größere Rolle spielt, zum Beispiel in den Krankenhäusern, wo wir auch jetzt eine generelle Maskenpflicht seit mehreren Wochen und Monaten haben, haben wir gemerkt, wie wichtig diese Masken tatsächlich sind. Aber es ist zwar auch schon oft gesagt worden, vielleicht sagen wir es gerne noch mal dazu, wie sollte man denn konkret oder am besten diese Masken tragen? Ja, also das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Bitte, wenn wir Masken anziehen, dann bitte richtig. Das heißt, die Maske muss Mund und Nase wirklich bedecken. Sonst bringt sie nichts. Wir atmen durch die Nase auch aus. Auch wenn wir husten oder niesen, dann kommen Viruspartikel im schlimmsten Fall durch die Nase raus. Also die Masken müssen richtig getragen werden. Und die Masken, und das ist auch eine Bitte, sollten auch nicht durchfeuchtet sein. Weil dann ist diese Schutzwirkung doch eingeschränkt. Das heißt, man sollte mehrere Masken haben. Entweder diesen normalen Mund-Nasen-Schutz oder diese Mund-Nasen-Bedeckung. Das sind so diese klassischen selbstgenähten Masken. Herr Dr. Zinn, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, für das Gespräch. Sehr gerne. Dieses Interview haben wir genauso vor der Sendung aufgezeichnet. Und ob Sie es glauben oder nicht, es gibt auch noch Themen, die uns beschäftigen, die so gar nichts mit Corona zu tun haben. Zum Beispiel das Trendgetränk in diesem Sommer. Der Weinschorle to go. Entweder in der Dose oder auch in der Flasche. Also ein Mixgetränk, was schon komplett fertig ist, was schon gemischt wurde und fertig gekauft werden kann. Neben exotischen Kombinationen wie süße Schorle mit Zitronenlimonade oder dem sogenannten Trollshoppen, der Wein mit Sekt mischt, werden auch alkoholfreie Varianten mit verperlten Traubensaft angeboten. Immer mehr Anbieter entdecken den Markt jetzt für sich. Und die Firma WeWine ist schon seit drei Jahren auf dem Markt. Die schwarze Prickeldose kommt aus Frankenthal. Vertrieben wird das Mischgetränk hauptsächlich über den Online-Versandhandel, aber auch bei Veranstaltungen oder in Supermärkten. Und Max Schlenstedt ist der Gründer von WeWine, ist jetzt bei uns im Studio. Schönen guten Abend. Hi, Sitke. Vor drei Jahren habt ihr angefangen damals. Wir haben auch einen Beitrag dann über euch gemacht. Wie seid ihr? Ihr wart ja noch sehr jung, 19 glaube ich, auf die Idee gekommen. Ja, das ist unser Heimat-Drink. Ich bin von dort und habe überlegt, das müssen wir irgendwie moderner machen. Das können auch andere Leute kennenlernen. Und da ist so die Idee, so ein bisschen Heimat nach außen zu bringen über ein neues Konzept, modern, was man auch nicht so kennt. Und wie hat es sich jetzt die letzten drei Jahre entwickelt? Also es gibt es ja noch, das Getränk, das kann man ja sehen. Ja, ist angestiegen. Also dieser natürliche, ja, gute Launemacher ist gut angekommen eigentlich. Und ja, es steigt langsam an. Ich beobachte es und probiere zu reagieren, ja. Aber es ist schon so, nach wie vor wird es hauptsächlich online vertrieben, oder? Genau, gerade auch jetzt auf jeden Fall. Und es ist einfach für den Start auch gut gewesen. Man weiß nicht ganz genau, wo sind denn die Fans. Und die können wir dann so besser erreichen, ja. Ja, prima Umsatz so. Und wer sind die Fans? Das ist mir das junge Publikum. Ja, die sind angedacht. Aber das tut sich total ausbreiten. Es sind von Fahrradtour-Fans bis Wanderer oder Hauspartys, die Spaß mit Vivian haben, ja. Jetzt war auch die Corona-Zeit für euch bestimmt auch nicht eine einfache. Wie hat sich da euer Geschäft entwickelt? Ja, ich war erst ein bisschen, ja, gucken wir mal, kalkuliert nach Events und sowas, wie es sonst alles ist. Und dann habe ich zufällig eigentlich positive Nachrichten. Besser als gedacht. Du hast mir vorhin noch verraten, dass du jetzt nebenbei hauptsächlich studierst und das Geschäft ja auch nebenbei noch betreibst. Was wird dann noch kommen? Welche Zukunftstrends wollt ihr noch mitnehmen? Ja, wir wollen in die Gastro-Szene gehen, dass wir uns einen Namen machen, bekannter werden. Und das alles über einen zweiten Zweig. Und das Sortiment ein bisschen erweitern mit einer Flaschen-Edition. Die liegt in der Schublade aktuell. Aber grundsätzlich ist das nach wie vor ein Getränk, was geht. Weinschorle to go, oder? Ja, und auch was viele doch kennenlernen müssen. Viele kennen das Wort gar nicht. Und da sind wir halt da, wollen das modern, peppig an die Leute bringen, die noch von der spießigen Weinszene abgeneigt sind. Mal gucken, vielleicht haben wir noch ein paar zugeschaut jetzt. Max, herzlichen Dank für den Besuch im Studio an deinem Geburtstag. Sagen wir gerne nochmal dazu. Ja, vielen Dank. Schönen Abend und feiern noch schön mit WeWine. Danke. Ja, machen wir. Danke. Es werden Zeugen gesucht. Gestern Mittag hat sich ein Rennen in Ludwigshafen, ein illegales Straßenrennen zugetragen. Zwei BMW waren da auf der Saarlandstraße in Richtung Stadtzentrum unterwegs, natürlich in erhöhter Geschwindigkeit. Jetzt werden Zeugen gesucht, die diese dunkelfarbenen PKW gesehen haben. Sie können sich gerne, wenn Sie was gesehen haben, bei der Polizei in Ludwigshafen melden. Jetzt die weiteren Nachrichten des Tages. Bahn frei. Die Stadt Ludwigshafen entscheidet heute über die Öffnung der Passage am Berliner Platz der Hochstraße Süd. Nur noch eine abschließende Begutachtung, dann soll klar sein, wann genau die Passage wieder für Fußgänger und Radfahrer zugänglich sein wird. Nach bisherigen Angaben der Verwaltung soll der Durchgang von der Mundenheimer Straße zum Berliner Platz noch heute Abend, allerspätestens jedoch am Dienstagmorgen, wieder geöffnet sein. Bereits seit Ende November letzten Jahres war dieser Bereich gesperrt. Keine neuen Verträge. 250 Saisonmitarbeiter der Studienwerke Rheinland-Pfalz stehen wegen der Corona-Pandemie ohne Arbeit da. Weil der Campus leer bleibt und die Vorlesungen digital von zu Hause aus stattfinden, ist auch für das Wintersemester keine Besserung in Sicht. Mittelfristig könne sogar das Stammpersonal mit seinen knapp 700 Beschäftigten betroffen sein. Anlass zu dieser Annahme ist die bisher recht düstere Prognose über die Präsenzzahlen der Studierenden auf dem Unigelände. Schub für Klimaziele. Privatbesitzer eines Neubaus in Heidelberg sollen künftig dazu verpflichtet werden, das neue Zuhause mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Das wollen Stadt- und Gemeinderat mit einer umfassenden Solarinitiative beschließen. Grund dafür, bis 2025 möchte die Stadt Heidelberg die maximale Leistung der Solaranlagen um 25 Megawatt steigern. Aktuell werden knapp 18 Megawatt erreicht, wobei der jährliche Zuwachs der letzten Jahre nur 0,8 Megawatt betrug. Um dieses ambitionierte Klimaziel zu erreichen, sollen Neubauten sowie Bestandsgebäude der Konversionsflächen Patrick Henry Village und Airfield mit Photovoltaikanlagen versehen werden. Und damit sind wir beim Sport angekommen, genauer gesagt bei den Herren 30 des BASF-Tennisclub Ludwigshafen, die allen Grund zum Feiern haben, weil sie nämlich gestern mit einem klaren 9-0-Sieg beim ETV Nürtingen den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht haben. 2009 und 2010 spielten sie bereits in der höchsten deutschen Liga. Die Besonderheit wegen der Corona-Krise steigt der Meister der Regionalliga Südwest in diesem Jahr direkt auf, muss kein Aufstiegsspiel gegen den Nordmeister bestreiten. Für den Verein ist das Ganze eine attraktive Sache. Auch die Damen und Herren des BASF-Tc schlagen in der 2. Bundesliga auf. Steffen Neuter, der Kapitän der Aufsteigermannschaft, ist uns jetzt zugeschaltet. Steffen, Glückwunsch zum Aufstieg. Wie habt ihr es denn gefeiert? Erstmal vielen Dank. Eine Feier hat noch nicht wirklich stattgefunden. Dadurch, dass wir auswärts in Nürtingen waren, hinter Stuttgart, und auch wieder mit dem Auto zurückfahren mussten, gab es ein Sekt und anschließend beim Essen noch ein Bier. Und kommende Woche zusammen mit den ersten Mannschaften haben wir dann eine Abschlussfeier, wo dann auch die Herren 30 entsprechend Gas geben werden. Aha, also wird definitiv noch nachgeholt. Sehr gut. Das war ja auch für euch verrückte Spiele, eine verrückte Zeit. Es waren nur vier Mannschaften in der Liga und es gab jetzt auch den direkten Aufsteiger. Wie hat sich das auf euch ausgewirkt? Wie seid ihr mit der Situation umgegangen? Für uns war es jetzt definitiv kein Nachteil, dass es weniger Spiele waren, da wir ja sehr viele Deutsche im Team haben und mit dem Vasu Antunescu uns geeinigt hatten, dass er drei Wochen dann dazu stößt. Daher war es für uns organisatorisch jetzt doch sehr einfach und ist uns sogar entgegengekommen. Aber wie war das in der Corona-Hochphase, als er nicht gespielt, nicht trainiert werden durfte? Was hat das mit euch, mit eurer Mannschaft gemacht? Wir hatten Glück, dadurch, dass wir in Rheinland-Pfalz zum 20.04. schon wieder starten durften, waren wir eins der zwei Bundesländer zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern, die sehr früh schon wieder spielen durften und waren daher dann auch früh schon wieder gut vorbereitet. Wir haben die Pause auch mit unseren Spielern im athletischen Bereich genutzt, uns da entsprechend fit gemacht und dementsprechend den Grundstein für die Saison gelegt. Zuletzt durften, glaube ich, wieder ein paar Zuschauer dann auch wieder rein in die Stadien. Aber natürlich ist es nicht so wie vor Corona. Wie war das, ohne Anfeuerung spielen zu müssen? Ähnlich wie mit dem Training. Also in Rheinland-Pfalz, wie gesagt, hatten wir einfach Glück. Wir hatten vor zwei Wochen dann schon die neue Verordnung, wo 250 Leute dazukommen durften. Dementsprechend waren die Spiele teilweise auch wirklich sehr gut besucht, weil es nicht viele andere Dinge aktuell gab. In Baden-Württemberg bei den Spielen war es komplett leer. Das ist richtig. Und bei unseren Heimspielen alles super. Jetzt wird definitiv noch gefeiert. Aber wie geht es grundsätzlich weiter? Wie sehen die Planungen für die nächste Zeit aus? Wir wollen jetzt nächste Woche noch die Meisterschaft mit den Damen und Herren in der Oberliga holen. Dort probieren wir dann auch Richtung Regionalliga zu spielen. Das sind ja unsere zweiten Mannschaften offiziell. Und anschließend dann erst mal kurz genießen und dann wieder zurück in den regulären Trainingsbetrieb. Die Mannschaft noch einen Tick verstärken für nächstes Jahr und uns frühzeitig schon vorbereiten dann auf die neue Saison. Wird sich denn personell bei euch was verändern? Oder bleibt ihr so zusammen? Na, also die Grundmannschaft bleibt zusammen. Wir haben ein, zwei Spieler, die jetzt 30 werden. Heißt, da rutschen ein, zwei nach und werden dann vielleicht noch vorne auf den vorderen Positionen probieren, uns noch einen Tick zu verstärken. Wieso die Stimmung bei euch in der Mannschaft? Sehr gut. Also wir haben in der Jugend alle schon miteinander gespielt. Wir sind eigentlich auf dem Tennisplatz zusammen groß geworden. Kennen uns teilweise da schon wirklich 25 Jahre und länger. Daher ist das auch wirklich sehr angenehm, mit den Teamkameraden dann das Wochenende zu verbringen. Dann wünschen wir euch das Beste. Herzlichen Dank an Steffen Neuthert. Vielen Dank, Dankeschön. Auch dieses Interview haben wir vorab aufgezeichnet. Es gibt einige Vereine bei uns in der Region, die auf Trainersuche sind. Waldhof Mannheim beispielsweise, aber auch die TSG 1899 Hoffenheim. Michael Schiele soll da jetzt ein Kandidat sein, aktuell noch Trainer bei den Würzburger Kickers. Aber auch Florian Kohfeldt, dessen Name wird da immer wieder gehandelt für die Hoffenheimer. Der spielt aber heute Abend noch mit Werder Bremen um den Verbleib in der Bundesliga im Relegationsrückspiel. Die weiteren Sportnachrichten hat Philipp Kühl. Spätere Saisonstarts. Der ursprünglich für den 18. September vorgesehene Saisonstart in der deutschen Eishockey-Liga wird wegen der Corona-Pandemie um rund sechs Wochen nach hinten verlegt. Dieses Datum gilt laut internen Kreisen als gesichert. Allerdings steht eine offizielle Bestätigung der Planänderung noch aus. Die Basketballer sind bereits einen Schritt weiter. So hat sich die zweite Basketball-Bundesliga dazu entschieden, den Saisonstart auf den 16. Oktober zu verschieben. Diesem stimmten die Bundesligisten einstimmig in einem digitalen Umlaufbeschluss zu. Und auch die Frauenfußball-Bundesliga hat schon einen fixen Termin für die neue Saison. Ab dem 5. September soll der Ball bei Hoffenheim & Co. wieder rollen. Kader nimmt Form an. Der Eishockey-Regionalligist Eisbern-Eppelheim treibt den Umbruch weiter voran. Dabei bedienen sich die Verantwortlichen um Neutrainer Sascha Trivunov fleißig bei den Maddox Mannheim. Das Bekannte? Die Maddox sind Trivunovs Ex-Klub und wurden in der vergangenen Saison sang- und klanglos Tabellenletzter. Bislang kamen fünf Spieler von Mannheim nach Eppelheim. Auf der anderen Seite verließen neben Trainer John Kreis bereits sechs Leistungsträger den Klub, allen voran Topscorer Marco Haas. Zwei Neuzugänge für den SVW Fußball-Drittligist SV Waldorf Mannheim hat heute die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison vorgestellt. Mit Jan-Christoph Bartels verpflichteten die Mannheimer einen Torhüter, der zuvor beim 1. FC Köln unter Vertrag stammt. Der 21-Jährige ist ein ehemaliger U-Nationaltorhüter und war zuletzt an den SVW in Wiesbaden ausgeliehen, für den er eine Partie in der 2. Bundesliga absolvierte. Neuzugang Nummer zwei ist Onor Ünlü-Civci. Der 23-Jährige kommt vom abgestiegenen Liga-Konkurrenten SG Sonnhof-Groß-Aspach an den Alzenweg. Momentan ist es ja so, dass nicht wenige von uns doch aufs Geld schauen müssen und warum nicht auch mal beim Handy. Da gibt es ja jetzt auch günstigere Modelle, durchaus schon unter 200 Euro. Aber was können die, was kann der Akku, was kann das ganze Gerät? Wir machen den Test. Sie sehen auf den ersten Blick aus wie Premium. Android-Smartphones sind aber mit unter 200 Euro eher günstig. Die Computerzeitschrift CT hat unterschiedliche Android-Smartphones getestet, unter anderem die Kamera, die Prozessorleistung, Updates, die Bildschirmqualität und die Akkuleistung. Mit dabei das Motorola One Macro für 160 Euro, Nokia 4.2 für 120 Euro, Sony Xperia L3 für 150 Euro und Vico View 4 für 170 Euro. Im Wesentlichen haben die etwas besseren Smartphones den stärkeren Prozessor, die bessere Kamera und vor allen Dingen die Zusicherung, dass sie noch sehr, sehr lange mit frischen Updates einerseits für das Betriebssystem, andererseits aber auch zum Thema Sicherheit bekommen. Die billigeren Smartphones sind oft Geräte, die eben nach Ablauf von etwa zwei bis vielleicht drei Jahren dann auch wirklich nicht mehr zu gebrauchen sind. Immerhin, die Kameras liefern zumindest bei gutem Licht durchaus brauchbare Bilder. Auch wenn man ranzoomt, es ist noch sehr scharf. Jetzt mal ein Video, mal gucken, wie das aussieht. Doch leider ist die Ente schon fast weggewatschelt, bevor die Videosoftware den Aufnahmebefehl umsetzt. Teure Geräte sind hier deutlich leistungsstärker. Die Smartphones lassen sich alle gleich bedienen, haben auch alle das gleiche Betriebssystem. Nur sie unterscheiden sich von den teuren, denn hier ist die Prozessorleistung einfach schwächer. Und von daher laufen einige Apps nicht so flüssig. Beim Kauf sollte man auf bekannte Hersteller setzen. Da bleiben Software- und Virenschutz oft länger aktuell als bei den No-Name-Anbietern. Von dem Display der günstigen Geräte sollte man nicht zu viel erwarten. Es werden in den Smartphones zum Teil immer noch sehr schwache Displays eingesetzt, die eben nicht dem Stand der Technik entsprechen. Heutzutage werden vielfach in Smartphones AMOLED-Displays eingesetzt. Die sind sehr hell und sehr brillant und die kann man auch bei Sonnenlicht noch prima ablesen. Im Test gab es leider keinen echten Sieger. Lediglich bei der Akkuleistung und dem Fotografieren war das Motorola etwas besser. Wirklich schlecht oder unbrauchbar sind die günstigen Geräte aber auch nicht. Telefonieren und chatten oder Music-Streaming klappt. Und ganz schick sehen sie ja eben auch aus. Und wir machen nicht nur den Handy-Test, sondern gleich auch noch den Koffertest. Nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Willkommen zurück bei RON an diesem Montagabend. Ja, schick sehen sie ja alle aus, die Koffer hier neben mir. Und viele von uns packen sie ja jetzt auch wieder, weil es in den Urlaub geht. Aber was können denn die Koffer? Woran erkenne ich einen guten Koffer? Sophia Haag macht den Test. Das Spiel kennen wir alle. Ich packe meinen Koffer, aber welchen? Bekommt man für 40 Euro wirklich gute Qualität? Wir machen heute den Test. Kofferexpertin Sabine Rastnik weiß, worauf es beim Kauf ankommt. Wichtig ist, darauf zu achten, wie die Produkte verarbeitet sind. Das heißt, wie sind die Reißverschlüsse, wie sind die Rollen, wie sind die Schlösser, die der Koffer hat. Na, dann schauen wir mal, ob die günstigen Produkte punkten können. Wir haben eine Reisetasche und einen Rucksack für jeweils 15 Euro, einen Weichkoffer für 40 Euro und einen mit Hartschale für 80 Euro. Bei der Kategorie 1 der Verarbeitung fallen vor allem beim Hartschalenkoffer Defizite auf. Warum ist der nicht gut? Es ist einfach von der Schale, von den Rollen, von den ganzen Merkmalen sehr einfach gehalten. Wir haben ein aufgesetztes Schloss, wir haben auch keine TSA-Funktion. Der teuerste macht schon mal keine gute Figur. Alle anderen sind zwar auch simpel, doch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und somit gibt es jeweils einen Punkt. Weiter geht's mit dem Komfort. Dafür heißt's lospacken. Nur die Reisetasche punktet hier durch die vielen Seitentaschen. Minuspunkt gibt's bei den Koffermodellen für den fehlenden Extra-Reißverschluss, die sogenannte Dehnfalte für mehr Platz. Dagegen stimmen bei allen der Zieh- und Tragekomfort. Jetzt das Zwischenergebnis. Wir haben einen guten Schnitt. Wir haben die Reisetasche und den Rucksack mit sehr günstiger Preislage. Die halten das, was sie versprechen. Wir haben den Koffer im mittleren Preissegment, den Weichen. Da könnte man etwas mehr erwarten. Bei der Hartschale bin ich nicht so überzeugt. Da bekommen wir für wirklich das gleiche Geld wesentlich mehr Qualität. So viel zur Theorie. Aber wie sieht die Praxis aus? Ich werfe die Produkte jetzt diese Treppe hier runter und hoffe, dass sie überleben, denn umtauschen kann ich sie nicht mehr. Und ab geht's. Sturzsicher ist natürlich der Rucksack. Bei der Reisetasche brechen beim Aufprall direkt die Rollen ab. Somit für Flugzeugreisen eher ungeeignet. Auch der Hartschalenkoffer bricht beim Extremtest. Aber nicht die Rollen, sondern das harte Plastik. Ein sogenannter Weißbruch. Nur der Weichkoffer ist robust. Dafür einen Extrapunkt. Hätte ich vorher gar nicht so gedacht. Aber nach dem Treppentest bin ich auf jeden Fall überzeugt von dem schwarzen Modell. Denn da passt viel rein. Er hat den Sturz überlebt und sieht auch am besten aus in seinem klassischen Schwarz. Unser Sieger in unserer Stichprobe ist der weiche Koffer für 40 Euro. Qualität hat also nicht immer ihren Preis. Na dann ab in den Urlaub und wir haben das Wetter noch für Sie. Am Dienstag erwartet uns ein schöner, sommerlicher Tag. Der Himmel zeigt sich anfangs nur gering bewölkt. Dementsprechend können wir uns auf viel Sonnenschein einstellen. Erst zum Nachmittag werden die Wolken hier und da etwas zahlreicher. Regen ist aber erstmal keiner dabei. Dazu erreichen die Höchstwerte angenehme 21 bis 22 Grad in höheren Lagen. Im Rhein-Neckar-Dreieck klettern die Temperaturen mit Sonne bis auf sommerliche 25 Grad. Der Mittwoch sieht zwar etwas wolkiger und meist trocken aus, die Sonne kriegen wir aber dennoch häufig zu Gesicht. Dazu wird es noch einen Tacken wärmer. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Zeitweise sind kurze Schauer unterwegs. Der Freitag verläuft ähnlich. Dichte Wolken ziehen durch und örtlich fällt etwas Regen. Es gibt aber trotzdem sonnige Abschnitte. Und wenn Sie schon das Brot rausgeholt haben und gerade dabei sind, Ihr Abendbrot zu schmieren mit Leberwurst, am schlimmsten auch noch von Edeka, dann sollten Sie jetzt noch mal kurz zuhören. Genau, bevor Sie sich den Magen verderben. Es sind 150-Gramm-Packungen, die zurückgerufen werden in Baden-Württemberg, aber auch in Rheinland-Pfalz. Die am 15. Juli 2020 ablaufen. Also vielleicht dann heute lieber Käse oder... Es gibt, glaube ich, Alternativen zu Leberwurst. Aber gucken Sie noch mal in Ihren Kühlschrank. Also wenn die dabei sein sollte, die Leberwurst, dann am besten. Aber man kann sie, glaube ich, zurückbringen. Wird auch, glaube ich, umgetauscht. Man kann sie zurückbringen, aber ob sich das dann rentiert letztendlich. Oder einfach in den Mülleimer. Das bleibt Ihnen überlassen. Bleiben Sie gesund auf jeden Fall. Und morgen Abend 18 Uhr sind wir wieder da. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.